So, ein kleiner Quick-Tipp heute. Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. Zum Thema Augenabstand, wie habe ich am wenigsten Abschattungen. Das ist theoretisch immer ein bisschen blöd zu erklären. Ich mache es jetzt mal hier. Ich kann mich leider kein Kamerabild oder irgendwas zeigen, weil das ist individuell bei jedem. Das kann man mit der Kamera nicht so nachempfinden. Die zwei Tubusse stellt ihr euch ein. Jetzt machen wir es mal für Nichtbrillenträger. Augenmuscheln sind ausgeklackt. Ihr geht so nahe hin, dass ihr ein kreisrundes Bild seht. Auflegen geht gar nicht. Augen auflegen auf die Augenmuscheln. Dann habt ihr sofort Abschattungen. Und ihr stellt euch dann den Augenabstand so weit ein, bis ihr das kreisrunde Bild habt. Dann habt ihr einen kleinen Spielbereich. Mit dem könnt ihr noch mit den Okularen hin und her gehen. Mit Hosen. Und da müsst ihr dann gucken, wo habe ich da am meisten Spielraum, wo habe ich am wenigsten Abschattungen immer mal über den Kopf bewegen. Und echt, dann müsst ihr eine Weile experimentieren, bis ihr da der beste Bereich findet. Bis ihr da wirklich noch mit dem Kopf hin und her könnt und dann relativ wenige Abschattungen habt. So. Jetzt könnt ihr natürlich das Ganze so frei anlegen. Ihr schwebt quasi so mit den Augen über den Okularen. Oder ihr könnt versuchen eure Nase, die Nasenflächen an die Augenmuscheln anzubringen, anzulegen. Und eventuell habt ihr da dann ein besseres Gefühl oder weniger Abschattungen. Das ist wieder individuelle Sache. Der eine mag es lieber so, der andere lieber so. Und das kommt auch darauf an, der eine hat eine breite Nase, der eine dünnere, müsst ihr echt rausfinden, was euch da am besten zusagt. Und wie schon einige gesagt haben, also auflegen geht nicht. Da wird das Bild klein, der Kreis wird kleiner und total abgeschaltet. Geht nicht. So. Für Brillenträger klappt man so um. Die Augenmuscheln. Und dann seht ihr, Abstand geht auch nicht anlegen. Absolut nicht. Abgeschaltet. Ihr braucht ein bisschen Abstand und dann würde man die Nasenflächen vielleicht auflegen. Als Experiment könnt ihr mal probieren. Und dann würde ich hin und her schauen, ob ich die wenigsten Abschattungen habe. In meinem kleinen Spielbüro hier. Besser kriege ich es hier auch nicht hin. Ist auch ein bisschen den Weitwinkeln geschuldet, diesen großen Öffnungen hier vorne. Die haben eher das Problem, wenn man kleine Öffnungen hier vorne hat, ist das nicht so dramatisch, diese Abschattung. Hat man natürlich auch ein kleineres Sichtbereich nachher. Also normal geht es mit den 10-fach, was mitgeliefert worden ist, gut. Einstellungssache. Einfach Gewöhnungssache, Einstellungssache, Sitzposition. Alles wichtig. Soll ja alles richtig sein. Nicht zu tief sitzen, dass ihr gar nicht so richtig reingucken könnt. Zu hoch ist auch nichts. Tut dann nur am Nackenogen weh. Also angenehme Sitzposition und dann echt experimentieren. Das soll es gewesen sein als Quick-Tipp. Macht's gut. Ciao. Abschall. Ciao. yej